Mein Name ist Erik Latt, ich bin Mitbegründer und Vorstand der HNG, Verwaltungs AG in Wiesbaden. Aus unseren beiden Bürowillen in der Frankfurter Straße 10 und 12 arbeiten wir seit 15 Jahren mit ca. 20 Mitarbeitern und wir treiben jedes Jahr ca. 200 Wohnungen an Kapitalanleger mit unserem Netzwerk von über 500 freien Finanzdienstleistern. und Vertriebspartnern in Deutschland. Dabei erzielen wir einen Jahresumsatz von über 30 Millionen Verkaufsvolumen. Das Einzigartige und das Besondere bei uns ist die Systemimmobilie. Mit Systemimmo verbinden wir eine Marke und ein Rundum-Sorglos-Paket für unsere Kunden. Das heißt, Sie investieren, wir kümmern uns um die Details, wir kümmern uns um die Absicherung der Mieten für unsere Kunden, um die Renovierung bei Mieterwechseln, um die langfristige Betreuung und Pflege des eigentlichen Vermögensgegenstandes, nämlich der Wohnung, die bei uns gekauft wird. Der Schwerpunkt unserer Investitionen liegt in der Metropolregion Rhein-Main-Gebiet. Hier haben wir in den letzten 15 Jahren über 2000 Wohnungen privatisiert, das heißt verkauft. Hier kennen wir die Gegenden, auch die, die vielleicht noch unterbewertet sind und die sich in den nächsten Jahren entwickeln können. Und hier finden wir die Lagen, in denen Mieter wohnen wollen, sodass unsere Kunden und Investoren langfristige, sichere Mieterträge haben. Unser Objekt liegt in Königstein. Königstein ist ein bevorzugter Standort im Rhein-Main-Gebiet, im Speckgürtel von Frankfurt. Wir haben uns bewusst für dieses Objekt in Königstein in der Limburger Straße 42 entschieden, da es sich in einer hervorragenden innerstädtischen Lage befindet. Dies bedeutet insbesondere, dass an unserem Objekt sich ein Edeka um die Ecke befindet. Wir haben ein Schwimmbad und Wellnessbereich, der fußläufig erreichbar ist. Der Bus ist direkt vor der Haustür und im erweiterten Umfeld haben wir halt eben auch Schulen, Kindergärten, Ärzte und die Dinge für den täglichen Bedarf. Aufgrund der Gebäudestruktur und der hervorragenden Grundrisse mit dem Mix aus 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen ist dieses Objekt sehr beliebt in der Vermietung. Das rührt insbesondere aus dem hervorragenden Wohnungsschnitt aus den typischen 60er-Jahre-Objekten, die sehr bedarfsgerecht gestaltet wurden, sodass das Objekt stets zu 100% vermietet ist und wir in der Lage auch überdurchschnittliche Mieten erzielen können. Das Konzept der Systemimmobilie beinhaltet ja, dass wir beim ersten Mieterwechsel einmal komplett eine Wohnungsrenovierung vornehmen. Somit entsteht eine neue, moderne Wohnung, die wir dann auch zu überdurchschnittlich guten Mietkonditionen wieder vermieten können. Im Verhältnis zum Kaufpreis und der neuen, modernen Wohnung haben wir somit sehr gute Renditen für die Anleger. Als Fazit möchte ich sagen, dass das Objekt in Königstein eine sichere und solide Immobilie ist, die auch für die Zukunft mit Sicherheit gute Werte schaffen und erhalten wird. Wir sind davon überzeugt, dass die Systemimmobilie für unsere Kunden der optimale zusätzliche Baustein für die Bildung einer vernünftigen Altersversorgung ist. Wir sind davon überzeugt, dass die Systemimmobilie für die Bildung einer vernünftigen Altersversorgung ist.